Hey zusammen und herzlich willkommen hier bei All4TheGame mit mir, dem Daniel und einem kleinen Infovideo heute. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt Twitter haben und auf der Twitter-Plattform werden wir jetzt immer ankündigen, sofern man bzw. ihr mit uns pro Club spielen könnt bei All4TheGame im Club und das wird wahrscheinlich öfters geschehen, deswegen folgt uns alle auf Twitter, ganz wichtig, weil nur dort wird veröffentlicht, wann wir klubben und ob ihr da mitmachen könnt oder halt auch nicht, aber wahrscheinlich, wenn wir klubben, könnt ihr direkt auch immer mitmachen und deswegen einfach followen bei Twitter und mal vorbeischauen, wenn ihr noch keinen Account habt, weil dort stehen dann die neuen Infos, weil Facebook ist jetzt bei uns eher so out und durch die ganzen Updates von Facebook bin ich eh nicht mehr so ein Facebook-Fan, deswegen auf jeden Fall bei Twitter mal followen, dann bekommt ihr nämlich alles mit und wie gesagt, werden wir auch dort die Pro Club mit Abonnenten-News veröffentlichen, insofern wir dann klubben. So, das war's dann auch schon wieder und ich verabschiede mich hiermit, lasst natürlich ein Abo da und vergisst nicht bei Twitter zu folgen und haut rein!